Hörst du kommst mir so begann vor? Bist du nicht der Falko? Wie er lebt und lebt. Aua, aua, aua. Bist du nicht tot? Nein, es war viel schlimmer. Ich gehe auf ihn zu und sage tatsächlich zu mir. Das ist doch der Neheber. Christian Neheber. Sei Voice. Die beste Stimme unter den Spurtreportern. Die Philharmoniker mit gewohnter Aufstellung. Da gab es keine Überraschungen. Vorne die Streicher, hinten die Bläser. Itti. Was? Mein Name ist Itti. Itti Secur. Oder auch Securiti. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, man muss sterben, um zu leben. Ah. Ah. Ja, davon halte ich überhaupt nichts mehr, lieber Falko. Ah, ich denke mal, ich lebe lieber zuerst und stirb dann irgendwann später. Ja. Ja. Ich trage so schnell rum, oh oh oh. Ja, dieser Kost ist ziemlich dumm.